Jo Leute was geht ab und damit hallo und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal und heute gibt es mal wieder was ganz anderes, also was komplett anderes, nämlich Trackmania. Ja, ich wusste bis vor kurzem nicht mal, dass es Games von der Reihe für die Playstation gibt, ich dachte das wäre so ausschließlich PC. Ja, aber es gibt anscheinend auch Teile für Konsolen. Oh mein Gott. Hey, mein Heckflügel ist einfach so abgefallen. Oh! Hä? Warum beende ich dann für beide? Das ist ja lächerlich. Ja, aber gut zu wissen, dann bin ich auf jeden Fall nicht Kreis. Hast du mich gerade ernsthaft überholt? Hey, wie hast du das geschafft, dass nur du zurückgesetzt bist? Durch das hast du gedrückt. Digga, das ist mir gefällt, das ist jetzt ein Blitzkugel, das ist ein neues. Ja! Wow! Rückwärts ist wie ein GTA. Nein! Die Taste! Hängst du fest? Warte. Ganz normal mit den Steuer- äh mit den Dings-Tasten. Voll, drüber zurück. Die geht ja... Ah, Mann! Engine off! Ah, Lull! Weil da dieses Freie-Fahrts-Ding ist. Kacke. Also diesmal. Geschafft! Oh Mann! hmmm eh oh oh mein Gott Was ist der reinste Kopf-Fick? Alter! Alter! Hey, ich bin zu schlecht. Ja. Ja, okay. Wie kann ich da zu langsam für sein? Ist doch extra Turbo. Warum bin ich zu langsam dafür? Achso, hier hinten ist nochmal Turbo. Nein, nö. Nö. Ich liebe diese Stärke, sie ist grandios. wir haben fünf minuten für die scheiße gebraucht echt jetzt so entscheid du mir jetzt Alles klar. Nein, ich hätt's grad fast geschafft! Oh nein. Äh! Ey! Was? Oh! Nein! Nee! Ja! Ach komm! Hä? Nein! Mann, ich war doch schon vorbei an dem Scheißding! Not again! Nein! Bitte! Es kann nicht sein, dass ich nicht ein einziges Mal diese Scheiße geschafft hab. Er ist nicht so gut. Ich kann nicht jeden Tag noch einen Schuss auf dem Scheißdorf aus. Ich muss auf diesem Schuss noch nicht auf dem Scheißdorf ausgehen. Untertitelung des ZDF, 2020 1 Minute 13, ist das gut? Ich weiß, du hattest vorhin 1.38, aber ich weiß nicht, ob das das schnellste von dir war. Davor habe ich halt nicht drauf geguckt. Ach Digga, deine Mama stinkt nach Käse. Digga. Ja, wahrscheinlich. Kann nicht sein. Warum ist der erste Abschnitt eigentlich der schwierigste? Alle anderen schaffe ich meistens fürs Try und dann die erste, da brauche ich meistens mindestens vier Versuche. Scheiße, das hat mich richtig was ausgebremst. Ja, zu viel, zu viel natürlich. Nein! Bumme Drecksau. So. Das war's für heute. Nein, das ist nicht so. Das ist ein Bano oder das ist ein Bano? Nein, das ist nicht so. Boah, die sind die Gäste, die Zeit! Heeey! Digger! Das war's schon wieder komplett. Eine Minute Drei! Schön, dass wir es beide gleichzeitig geschafft haben. Nein! Das hätte mein neuer Rekord jetzt sein können. Wie krass wär das? Das war das einfach auf Deutsch. Digger, warum werden hier die Sprachen so durchgewechselt? Nein, ich bin so schlecht. Warum kann's bei mir nicht durchgehen? Digger lenkt mich doch nicht ab! Warum guck ich auch immer auf mein Handy, Alter? Nur weil da jetzt der Bittschirmschick am Leuchten ist. Nein, nein, nein! Hör mal direkt Sau, wer ist hier? Digger! Hey, brems mich doch nicht ab! Kannst du nicht fassen? Digger! Digger! Jetzt ist mein Herz gebrochen! Hey! Natürlich kann ich auf dem Kopf! Ist ja lächerlich! Schauen Sie jetzt! Ich finde dasselbe! Das ist der Geibes der Fall! Ja, war es nicht. Bis zum nächsten Mal! Aber ja, das ist's! Und auf einmal lenken, lenkt mich das Spiel nach rechts, genau, Bruder, ja. Einfach weil du gerade Bock drauf hast, oder was? Hey, warum zählt das nicht? Ich guck's nicht. Digga, das Game will ich echt verarschen, Junge. Bleck um hier. Nee! Na, mal von vorne. Schau mal rum. Nee! Nee! Ich lasse das Spiel. Ich bin genau perfekt gefahren, ein kleines Stück Scheiße. Was fällt dir ein? Na, du, Digga, das ist lächerlich. Das ist so lächerlich! Ich- Ich- Es ist viel. Nein, das ist ja unter 50 Sekunden gewesen, Mann. Toll. Nein! Oh, jetzt geht man auch ziemlich auf die Eier. Oh nööööööööööööö. Nein! Lächerlich. Das kann ich schon eher glauben, danke. Gute Spiele. Komm, Alter. Vollgas. Vollkaracho! Komm! Gönn es mir, Spiel, gönn es mir doch! Nein! Nein! Okay, nein, das kann ich vergessen. Bin schon zu weit hinten, das wird keine... Nein, 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 mein Rekord schlage ich nicht. Und das schaffe ich auch nicht, alles klar. Komplett random jetzt. Was ist das? Ach, Mann. So, jetzt muss ich noch einmal... Veronique N petals Cool Ja sowas wie eine Brennse Hadman auto anscheinlich Cool Zu blöd Ne Und dann auch noch ein bisschen besorgen. Nein! lag da nicht hinterher ALF DeinPC AUS Gary Das Spiel spreche ich noch als weißes Typ Jetzt sind wir uns bei einer Sache einig. Diese Spiel ist echt schlimm. Die Forkley kippt, oder? Ich auch. Danach geht die Schneide raus. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Neuer Rekord, eins, zwei, äh... Oh mein Gott! Nein! So schlecht. Ja, weil das anstrengend ist. Bleib stehen! Das war nicht wörtlich gemeint. Nein! 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 Ich bin so dumm! Vergessen vorher über die Linie zu fahren. Jetzt muss ich alles davon nochmal machen. Ich fass es nicht. Verdien verloren. Lächerlich. Jetzt geht es nicht um die Launch oder 2-2. Keine Ahnung. Ich fass es nicht. Nein! 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 Mann! Das war so gleich ja nicht. Kann man das ja verpacken. Nein! Das war so gleich ja nicht. Kann man das ja verpacken. Nein! Das war ein... Bruder! Muss los! 2-2! Jetzt ist schon geworfen! Schau. Die haben die Spitzen anständig. Nicht nur deine. Nein! Scheiße. Das gibt's so. So drehe ich mich immer so viel. Was? Ah! Hä, was war das gerade? Ich bin gerade einfach gehüpft. Ja. So dumne. So dumne. So dumne, bein Gedan, bein Gedan. Was ist das auch? Ja dumne. Ach, doch schau. Da, ich bin horrible. Oh. Oh Ja wahrscheinlich Untertitelung des ZDF für funk, 2017